Willkommen zurück zu einer neuen Runde Rainbow Six und Siege. Wir spielen eine Bombe und sind als erstes Verteidiger. Ja, nice. Zack, schon bestätigt. Wir haben heute eine geile Runde gemacht. Da waren wir in der Bank. Geisel. Solange mit meiner Drohne rumgespielt, bis die einfach die Geisel erschossen haben und wir die Runde gewonnen haben. Also das Spiel. Ganzen dann nachher. Auf jeden Fall ziemlich witzig. Ich habe jetzt Puls an der Stelle genommen, weil ich mir den vorhin freigeschalten habe und ich den doch gerne mag. Des Weiteren nehme ich C4 mit, weil viele Rekrute spielen und ziemlich viele Schilder dabei haben. Es wohl irgendwie Mono meinte, wäre ein freies Wochenende. Daher sind gerade so viele Rekruten unterwegs. Der Castle ist bei uns noch nicht fertig mit dem Laden. Die Koffer, das ändert sich gleich. Des Weiteren muss ich die Aufnahme mit Mono leider entfernen. Das Spiel, oder die Aufnahme hat zumindest geruckelt. Nicht das Spiel selber, aber die Aufnahme ohne Ende. Ein bisschen was rumprobiert gemacht und getan. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Na, was ist denn los hier? Aber sowas von. Alter. Die Bombenschütze. Alter Schweder. Das hat ja aber überhaupt nicht lange gedauert. Ähm. Hier ist definitiv die, äh, Le Bombay. Dann machen wir das hier nochmal zu hier. Aber wir haben zwei. Das ist natürlich ekelhaft. Ach so, wir haben mal zwei. Alter. Nicht sein Ernst. Zehn Sekunden. Noch fünf Sekunden. Alter, der hat ihn einfach umgeholt. Der hat ihn entdeckt. Die Tür ist versperrt. Was für Spacken, ey. Warte mal. Wir gucken mal über die Kameras. Aber ich denke, die werden schon aus sein. Was kommt? Zeig mir was. Da sind sie. Ich habe einen entdeckt. Wand verstärkt. Wehe, Alter. Was? Bullshit, ey. Vor allem der Reku bleibt auch noch stehen. Boah. Äh. Spotte den noch, Alter. Was ist denn los jetzt hier, boah? Ja, ja, das Ding ist schon so gut wie verloren, ey. Da kam er haste und zwar gesetzt. Ich gucke. Da kommt noch einer. Noch zwei. Was kam? Wollen sie die doch? Ja, nicht da. Alter. 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 Wo hockt denn unserer? Der ist unten bei B. Ja, die Kamera weggemacht. Kein mehr. Na, komm, komm. Ach, fuck. Was ist denn jetzt? Die Mittlerin. Und er hat keine Kamera mehr. Ich gucke mal, was macht der da eigentlich? Alter, ich will in den Typen rein. Wo komme ich? Ach, der hat selber Kameras geguckt. So, mal mutig von ihm. Na, die sind halt oben bei A, ne? Haben die denn die Fuse? Ich weiß gar nicht, sieht man den? Da liegt aber noch auf dem Boden. Der Bogenenschärfer wurde erfolgreich platziert. Ja gut, das Ding ist verloren. Von wie der, wie der den halt einfach beim Kamera wegmachen erschossen hat. Das ist echt übel so weit, ey. Keine Ahnung. Finde ich einfach nur dumm und schwachsinnig. Bombe, nichts weiter. Wir nehmen Daktal, Daktal, Daktal. Bereit, bereit, bereit. Okay. Verwaltet noch. Gucken, wann der fertig geladen hat hier. Oh. Okay. Er hatte doch gerade Blitze. Warum lohnt der jetzt Rekrut? Oh, diesmal alle. Oh, das ging aber diesmal zügig. Wir müssen eine Bombe aufschmüren. Machen wir. Kein Ding. Äh, hier war doch irgendwo der Eingang. Nicht? Machen wir jetzt weiter. Alter, was ist denn der Eingang jetzt hier? Der war da mal hier. Achso. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ach. Arschloch. Tja, was haben sie denn? Einmal rein. Zehn Sekunden. Alter, was machen die denn? Sind die alle total behindert? Fünf Sekunden. Warum knallen die sich denn alle gegenseitig nach? Wo ist sie behindert, ey? Da muss man echt aufpassen, weil die einen nicht gleich... Alter, der hat ihn schon wieder angeschossen, ey. Dat... Dat ist halt echt ätzend, ey. Oh, ne Witz. Ach du gerade. Ne, ne, da kommen wir nicht rein. Vergiss es. Sprengladung bereit. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir umrein können. Rauchgranate wird eingesetzt. Sprengladung bereit ist nach. So, wo ist die Bombe? Das ist da oder nicht. Gucken, dass jetzt wieder keiner weg bildet. Ich glaube, kaputt kriege ich es nicht. Hier haben sie oben zugemacht. Bloß warum? Okay. Der ist definitiv nach oben. Äh, noch drin im Raum. Wahrscheinlich auch oben ein Ding. Fuck. Nur noch einer vom alten Druck. Ah, der hätte sich auch vielleicht wieder hochheben können, den Wichser, ey. Das war ziemlich dumm. Was macht der, der? Was macht der? Alles da los mit ihm? Der ist ja 100 pro ein Troll, Alter. Sag mal, was du willst. Ich hoffe, wenn ich mich mal bewegen kann, ey. Was, 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 was macht der? Keine Ahnung. Der hat jetzt wirklich ein Minute lang durchziehen und da sitzen bleiben. Ziemlich langweilig. Alter, Schwede, ey. Warum rennt der denn jetzt noch rum, Wiesel? Das ist doch eine Zwiesel. Verstehe ich nicht. Ich hab keine Ahnung, was der macht. Es bleiben noch 15 Sekunden. Ich weiß ja nicht. Zehn Sekunden übrig. Es bleiben noch 5 Sekunden. Jetzt musste man dem quasi echt zwei Minuten lang zugucken. Zeit abgelaufen. Von uns ist jetzt einer geliebt. Sehr gut. Das, das war halt echt dumm von dem. Keine Ahnung, was der da gemacht hat, ey. Keine Ahnung. Echt behindert, ey. Der Heidel ist gegangen. Der erste Punkt, ey. Boah, das ist echt beschämend, ey. Zwei Rekruten. Ru, Castel, Helga. Sollte eigentlich okay sein. Die Bomben schützen. Werden wir uns gleich sehen. Hauptsache, die knallt mich nicht gleich hier wieder ab, ey. Ach, komm, Alter. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Der ist so nervig, der Typ, ey. Keine Ahnung, was das soll, ey. Keine Ahnung, ey. Nur noch 5 Sekunden. Wow. Wow. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Die spawnen definitiv schon mal nicht auf dem Sportplatz. Die spawnen hier schon wieder. Der Typ, ne. Das ist so ein Stück Scheiße. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Der Typ ist so behindert. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es dem bringen soll. Das bringt ihm halt nichts, ne. Keine Ahnung. Das ist so ein Spack. Ein Datum eliminiert. Mission gescheitert. Ich weiß es halt, wenn Uplay denkt so, oh komm, wir machen mal ein kostenloses Wochenende für Leute, die Rainbow Six spielen wollen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Versaut allen Leuten, Alter, einfach mal den Spielspaß. Boah, solche voll die Juden bei hat. Aber gut, dafür, dass sie uns nicht unterkriegen, können wir den irgendwie reporten. Zack, einfach mal gemeldet. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.